Danke, dass du uns beim Umzug hilfst. Das wäre sonst so teuer geworden. Ach, gerne. Sag mal, habt ihr euer Haus nicht mit einem regionalen Profimaklerverkauf? Nein, mit einem Online-Makler. Die nehmen viel weniger Provision. Gut, der Verkaufspreis war niedriger als gedacht, aber... Ach so. Wir hatten ja einen richtigen Makler von hier und du, der war sein Geld wirklich wert. Ach ja? Wie das denn? Wir haben für unser Haus mehr bekommen, als er rechnet und inseriert. Mehr als er rechnet. Ja, wir hatten mehr Geld für die eigene Immobilie und das Geld für die Umzugsform war auch noch drin. Ah, das tut weh. Wenn Sie merken, dass Sie am falschen Ende gespart haben und einen Haufen Geld verschenkt haben. Setzen Sie auf regionale Kompetenz von hier. Wir sind Ihr Qualitätsmakler.